...später mehr Wolken bis zu 21 Grad und jetzt haben wir gemessen in Lammrecht und in der Altskirche um 20 Grad, in Weidenbach 15 und in Möllstein 19 Grad. Der Dienstag Lars Mittag ist hier. Ich bin Lars Mittag gerade. Langsam, aber sicher geht's ja in Richtung Feierabend. Und heute feiern wir Geburtstag, denn jetzt hier nur Gameboy, da der Witz ist 20 Jahre alt und ihre Erlebnisse durch diesen Schnuppeln D20. Beziehungsweise Fiddle nach 4 bei G-T-Show oder wir twittern zusammen. Mitmachen ist dann einfach rpa1.de, der steht dann genau.